hallo leute wieder einmal eine nachricht aus dem lb studio und zwar eine nette nachricht eine freundliche nachricht ihr werdet euch darüber freuen es ist soweit lidl hat die lucky luck sets im online shop hier seht ihr das was im online shop verfügbar ist wir haben bereits unsere bestellung abgegeben also ihr könnt lustig drauflos bestellen wie gesagt in deutschland im online shop sind die sachen verfügbar die kleinen werden wahrscheinlich direkt in den filialen verkauft oder kommen dann später halt in den online shop wir freuen uns schon tierisch drauf euch die sachen vorstellen zu können ich finde das klasse ja dann es war das unsere nachricht für heute ich hoffe ihr habt spaß damit wir sehen uns in den nächsten news